In Sachen Sicherheit kenne ich mich aus. Es ist meine tägliche Aufgabe, Menschen zu schützen. Gute Ausstattung und Absicherung sind wichtig in meinem Beruf. Dafür steht die Gewerkschaft der Polizei. Mit der PVAG, der Polizeiversicherung der GdP und Signal Iduna Gruppe bin ich bestens geschützt. Ich bin Jörg Radek, Polizeihauptkommissar und stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Abgesichert sein ist einfach. GdP sei dabei.